Hallo und herzlich willkommen zur Die neuesten Ausgabe der Filmkritiken Hier beim Tele-Stammtisch Eine Ausgabe, die sich ganz aktuellen Filmstarts widmet Und es gibt tatsächlich eine Menge Filme da draußen Die aktuell wieder im Kino anlaufen Aber auch ein bisschen was fürs Heimkino Insbesondere die Streamingdienste halten da nicht hinterm Berg Und präsentieren euch jede Menge geilen Scheiß Wir beginnen mit der Besprechung des Films Meine wundersame Woche mit Tess Ein Film, von dem ich nicht viel weiß Da müsst ihr also schon den Max Ott lauschen Der den Film echt vor einer halben Ewigkeit gesehen hat Ich kann hier sehen, dass er die Besprechung Bereits im Januar aufgezeichnet hat Denn die Presseverführungen waren eben auch vor Corona Da konnten wir den Film schon sichten Von ungefähr da ist auch die Besprechung Ja, und jetzt gibt es eben sein Solo zu diesem Film Im Anschluss folgt die Besprechung des Films Drei Tage und ein Leben Ich glaube, das ist ein Drama besprochen von Flo und Steven Das ist ein Film, den die beiden eben sich für euch angeschaut haben Hier hatten wir den Pressescreener und für euch auch besprochen haben Dabei wünsche ich euch sehr viel Spaß Ja, und manchmal, da gibt es auch die Gelegenheit Das wir einfach mal privat was schauen Und das haben in dem Fall Stu und Max getan Die zwei Jungs widmen sich eben sehr intensiv Auch den Veröffentlichungen auf Netflix Und haben sich in dem Fall Highscore für euch gegeben Das ist, glaube ich, eine Dokumentarserie Die ihr aktuell bei dem Streamingportal Beziehungsweise an die da Netflix schauen könnt Und ich habe keinen blassen Schimmer Wie sie diese Dokumentarserie fanden Aber das ist auf jeden Fall was Wofür es viele Leute geben sollte Die da Interesse haben könnten Ja, und da wünsche ich euch auch beim Gucken Spaß Beim Zuhören Spaß Und ich wünsche immer Spaß Spaß wünschen ist so mein Ding Denn wir sind der Podcast Für Filmkritiken und gute Laune Und wenn ihr noch ein bisschen Spaß hattet Nach dem ganzen Hören Dann wäre es cool, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet Auf Facebook, Twitter, Instagram Oder beim YouTube Upload könnt ihr dieses Feedback In den Kommentaren hinterlassen Das würde uns total freuen Weil wir dann wissen, ob ihr die Filme gesehen habt Wie ihr unsere Besprechung findet Oder ob ihr selber mal daran teilnehmen wollt All das sind Dinge, die wollen wir mit euch quasi besprechen Da wollen wir uns mit euch austauschen Dann haben wir Bock Ja, und zu guter Letzt wäre es toll Wenn ihr uns bewerten würdet Auf Apple Podcast Fürth, Facebook, Google.de Podcast.de Und bei vielen weiteren Plattformen Denn so Bewertungen tun uns gut Wir sind ein kleiner Podcast Der das hier alles nur so zum Spaß macht Wir verdienen keinen Cent daran Und wir freuen uns über jede weitere hörende Person Bam Weißt du Bescheid Ladies and Gentlemen Das war meine wahre Freude Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Und ich verlese euch wie immer am Anfang Den offiziellen Pressetext zu diesem Film Der 10-jährige Sam und seine Familie Machen Urlaub auf der niederländischen Insel Terscheling Doch bereits am ersten Tag Bricht sich sein Bruder ein Bein Natürlich ist das ein großes Pech für Sams Bruder Der den Rest des Urlaubs Nun mit einem Handicap verbringen muss Doch Sam trifft durch diesen Umstand auf Tess Josefine Arendt spielt sie Ein seltsames Mädchen Das einen verrückten Plan hat Um endlich ihren Vater kennenzulernen Sie hat nur eine Woche Zeit Um das zu schaffen Und kein geringer als Sam Soll ihr dabei helfen Obwohl Sam eigentlich allein bleiben will Um sich so vor Kummer zu schützen Entdeckt er während seines Abenteuers mit Tess Wie wichtig Familie sein kann Der Film ist ab Null freigegeben Und ich muss sagen Hat mir eigentlich recht gut gefallen Er wurde dann zum Schluss hin auch immer Sag ich mal hat mehr Fahrt aufgenommen Also so nach der ersten Hälfte Habe ich mir so gedacht Oh ja Wie wird denn das jetzt noch weitergehen Also und zum Schluss verdichten sich eigentlich die Ja Reibungspunkte zwischen den Personen Und dann wird der Film nach hinten raus Doch sehr ja sag ich mal spannend Und auch inhaltsreich Also er stimmt einen auch nachdenklich Aber ich will nicht sagen Dass es irgendwie ein schwerer Film ist Überhaupt nicht Es ist ein leichter Film Es ist ein Sommerfilm würde ich mal sagen Wir sind also Zeuge von einer Familie Also Vater, Mutter, Bruder und Sam Sind auf der Ferieninsel Und Sam lernt eben dort die Tess kennen Die ist sozusagen Die wohnt auf der Insel Hat eine alleinerziehende Mutter Und es werden eigentlich einfach mal die Personen Ja skizziert sag ich jetzt mal Also auch im Abspann der Vater und die Mutter Die heißen auch im Abspann der Vater und die Mutter Also die haben jetzt in dem Sinne keinen Namen Der ganze Film ist auch eher aus der Sag ich mal Perspektive von Sam Schrägstrich Tess erzählt Also eigentlich Obwohl das Sam natürlich schon Am meisten im Bild ist Und begleitet wird von der Kamera Hat man immer so das Gefühl Das ist eigentlich die Tess Die Protagonistin Also da wo man noch ein bisschen mehr mitfiebert Ich fand es aber mal ganz schön Dass ja der Sam eigentlich Sachen erlebt Und das Publikum größtenteils immer so sagt Ja boah wie macht jetzt Tess weiter Sag ich jetzt mal Die erste Erwartung war natürlich Wenn man sagt ja FSK 0 Und Insel und Urlaub und so weiter Also einen sehr guten Kinderfilm Den ich Mitte letzten Jahres gesehen hatte Und gut besprochen hatte War zum Beispiel mein Lotterleben Da kommt sogar auch eine Schildkröte vor Also auch bei Tess kommt eine Schildkröte vor Die immerher Tess gehört Und Lotter hat ja auch eine Schildkröte Ich sag es mal ganz flapsig Das sind aber die einzigen Gemeinsamkeiten Weil wer jetzt in diesen Film reingehen möchte Und sagt boah da kann man dann irgendwie lustige Pleiten, Pech und Pannen und Verwechslungen Und hochkreative Lösungen Für spontane Probleme machen Und geschliffene, witzige, schlagfertige Dialoge Das findet in diesem Film gar nicht statt Also es ist ein sehr ruhiger Film Deswegen weiß ich persönlich jetzt auch gar nicht Für welche Zielgruppe ich diesen Film jetzt erstmal empfehlen würde Ich könnte mir vorstellen Weil Sam ist ja zehnjährig Ich weiß jetzt nicht ehrlich gesagt Ob ein Zehnjähriger oder eine Zehnjährige Diesen Film Also auf den ersten Blick etwas abgewinnen kann Ich könnte mir aber vorstellen Jemand der 16, 17 ist Der eben schon mal so einen Familienurlaub mitgemacht hat Und seine eigenen, sag ich jetzt mal Präpubertierenden Sinnkrisen Und wie betrachte ich die Welt Wie betrachte ich meine Familie Wie betrachte ich mich als eigenständiges Wesen Das ich irgendwie abnabeln muss und soll Finde ich viel spannender Also insoweit würde ich jetzt mal nicht sagen Dass es ein heiterer Film für die Familie ist Sag ich jetzt mal Versteht mich nicht falsch Ich fand diesen Film richtig unterhaltsam Und ich werde ihm auch dreieinhalb Punkte geben Vier Punkte Gemach, Gemach Er hat auch sehr schöne philosophische Momente Also was der Sinn des Lebens ist Er ist überhaupt nicht moraltriefend In keinster Weise Ich finde es eigentlich sehr schön Dass die gesamten Familienkonstellationen Also herrlich zum Beispiel Dass die Mutter vom Sam Die liegt eigentlich immer im dunklen Zimmer Und hat Migräne Und das wird aber überhaupt nicht thematisiert Oder in irgendeiner Form Zu einer heiteren Begebenheit Hochstilisiert Sondern das ist halt so Also die Mutter Die ist halt mit im Urlaub Und ist auch eine nette Und kümmert sich auch um Sam Wenn er was von seiner Mutter möchte Aber die hat halt einfach nur Migräne Und der Vater vom Sam Ist so ein Ja So ein lustiger Lodri Der eben halt dann auch Gerne Pommes kauft Und Das war eine sehr schöne Szene Dann spanische Musik Auf einer Gitarre spielt Obwohl er weder singen Noch Gitarre spielen kann Das sind einfach so Momentaufnahmen Und das finde ich an dem Film wahnsinnig schön Dass das eben halt nicht ausgereizt wird Dass das dann eben noch der absolute Brüller wird Und so weiter und so fort Das ist also so diese Familiensituation Mit dem Sam Sehr schön ist Der Sam ist eben nachdenklich Er ist sich klar geworden Dass er der Jüngste von der Familie ist Das heißt er wird als letztes sterben Irgendwann mal Und deswegen will er sich im Rahmen dieses Urlaubs Im Alleinsein trainieren Was auf einer Urlaubsinsel natürlich Erstmal eine Herausforderung ist Das zieht er aber auch durch Und besteht auch drauf Und dann trifft er eben die Tess Und die Tess Die hat sich eben auch Es ist ja auch im Prinzip ihr Urlaub Weil sie ist bestimmt auch schulpflichtig Und hat halt jetzt Leerlauf Ihrer Mutter Sie konzentriert sich darauf Zum Beispiel Salze zu lernen Oder was über Zebrafische zu lernen Das ist so der Anfang von diesem Film Und man merkt halt einfach Dass die Tess Ja was eingefädelt hat Was die Mutter gar nicht wissen darf Nämlich sie hat ihren Vater ausfindig gemacht Und es ist auch Ziemlich klar Dass der Vater gar nicht weiß Dass er Vater geworden ist Das wird auch gar nicht großartig thematisiert Also warum jetzt die Mutter Das jetzt so nie der Tess gesagt hat Und so weiter und so fort De facto hat die Tess Das ist halt so eingefädelt Dass der Vater in einem Ferienhaus Auch auf dieser Insel Einen vermeintlichen Hauptgewinn Sag ich jetzt mal Gewonnen hat Nämlich eine Woche Auf dieser Insel Und dann findet der Film Halt auch einfach statt Also man merkt halt einfach Was die Tess dann alles versucht Ihren Vater nahe zu kommen Ohne dass er erfährt Dass er ihr Vater ist Weil sie sagt Ja sie will einfach mal so gucken Also ob sie überhaupt mit dem könnte Und ihn auch einfach mal kennenlernen Ob sie ja mit dem einfach Kontakt haben möchte Und der Vater wiederum Der ist mit einer sehr sympathischen Freundin unterwegs Und die wollen natürlich eher Einen Turtelurlaub machen Und das ist einfach schön zu beobachten Was die Tess sich da so überlegt Dass sie eben halt ihren Vater In dieser Woche näher kennenlernt Und weiht dann natürlich auch den Sam ein Der dann eigentlich auch mal sagt Nee du eigentlich möchte ich ja jetzt heute Wieder allein sein trainieren Also es ist einfach wahnsinnig schön Dem beizuwohnen Zuzuschauen Es ist wirklich angenehm Es gibt dann auch noch so einen wichtigen Sag ich mal so philosophischen Alten Mann Das ist der Strandgutsammler Der kommt eher im letzten Drittel vor Also das ist dann sozusagen der weise alte Mann Also ihr merkt schon wo es irgendwie so ein bisschen hingeht Also es geht in die Richtung Ja wirklich mal über seine Jugend Sofern sie schon hinter einem liegt Oder der größte Teil der Jugend hinter einem liegt Das einfach so sagen Ja doch Also sowas habe ich auch mal gefühlt erlebt Und mir Gedanken gemacht Und habe dann eben meine Inspirationsquellen gefunden Das könnte also wirklich genau Das Schöne an diesem Film sein Und das ist für mich persönlich das Schöne an dem Film Was eben auch richtig schön nachhaltig übrig bleibt Ja wem empfehle ich jetzt diesen Film Also ja schon eigentlich jeden Aber erwartet bitte nicht Dass es irgendwie ein fröhlicher dahinplätschernder Lustiger Ferienfilm mit putzigen Vorfällen Und witzigen Pleiten und Pech und Bannsinn Sondern er regt im wahrsten Sinne des Wortes zum Nachdenken an Also er zwingt einen nicht zum Nachdenken Aber man fängt einfach das Nachdenken an Also wirklich meine Empfehlung Ich bin selber Vater Ich habe auch ein Kind Das natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter Schon ist als 10 Jahre Ich weiß jetzt nicht In welchem Alter Meiner Tochter ich jetzt in diesen Film Sehr gerne mit ihr gegangen wäre Ich würde aber sagen Wahrscheinlich So ab 15, 16 Wenn man auch schon so ein bisschen Auf seine ganz persönlichen eigenen Erfahrungen Gerade in so Sommerurlauben Was man da Wie man sich gelangweilt hat Was auf welche Ideen man gekommen ist Wie man das erste Mal gemerkt hat Dass man vielleicht wirklich sterben könnte Wie man sich darauf vorbereiten könnte Und wie sehr dann einfach der Alltag Oder beziehungsweise der Ausnahmesituation Einer Urlaubsinsel Einen kontinuierlich davon abhält Das zu tun Was man sich jetzt fest vorgenommen hat Weil man einfach sagt Ja, ich muss mich jetzt eigentlich Aufs Alleinsein konzentrieren Sonst werde ich meines Lebens nicht mehr froh Jo Schaut ihn euch an Ich empfehle ihn Es sind wirklich tolle Schauspieler Die Kamera ist in Ordnung Die Musik ist gut Die Dialoge sind schön Es ist alles nicht übertrieben Es ist glaubwürdig Es ist die schöne, raue Nordseedünen- und Gräserlandschaft Und die Krabben und die Wellen Und es ist einfach nett Diese Leute Auch die Nebendarsteller Was die alles wollen Und vorwärts bringen Und so Es ist wirklich schön Dem anderthalb Stunden lang zuzuschauen Also Ich gebe diesem Film dreieinhalb Punkte Empfehle ihn Und ihr selber müsst raus Hinten für wen genau Aber ich denke Den kann man sich anschauen Danke fürs Zuhören Das war's Euer Max Herzlich Willkommen da draußen Zu einer neuen Folge Des Tele-Stammtischs Mit mir Steven von Steven Spolberg Und auf der anderen Seite Da haben wir heute Den Florian Hallo lieber Florian Hallöchen Wir besprechen Drei Tage und ein Leben Das ist ein französischer Kinofilm Der in Ja elf Tagen Von heute aus gesehen Von unserer Aufnahme Her startet Das ist dann der dritte Neunte 2020 Ja es ist ein Drama Mit leichten Thriller Elementen Und geht 120 Minuten Florian Kannst du mal Versuchen Die Handlung Ein wenig zusammenzufassen Wir haben uns ja vorher Ein bisschen besprochen Und haben gemerkt So wirklich Komplett spoilerfrei Kann man irgendwie Bei dem Film Nicht besprechen Das heißt In der Zusammenfassung Die du jetzt machst Wird es so leichte Mini-Spoiler Sag ich mal Geben Das sind jetzt keine Die irgendwie das Ende Oder so vorweg nehmen Und hinten raus Machen wir dann noch Einen kleinen Spoiler Talk Genau so machen wir es Es ist ja leider bei Krimi oder Swillern Oft so Dass man dann Gewisse Sachen auch Dann doch nicht auslassen kann Das heißt für Leute Die vielleicht gar nichts Über den Film wissen wollen Die sollten den Film Sich vielleicht doch Erst zuerst angucken Und dann hier unsere Besprechung Sich anhören Genau also Drei Tage und ein Leben Wir sind im Jahre 1999 Und nehmen die Perspektive Des zwölfjährigen Antoine Gespielt von Jeremy Senes Ein Ja der Ich sag mal Das Verschwinden Eines Eines Jungen Des jungen Remy Hautnah miterlebt Ja und Ein Geheimnis Für sich behält Wenig später Kommt es dann In diesem Belgischen Ardennen Dorf In dem wir uns Befinden Zu einer Groß angelegten Suchaktion Nach Remy Diese wird dann Jedoch durch Ein heftiges Unwetter Unterbrochen Und durch die Entstehenden Verwüstungen Wird diese Suchaktion Dann wenig später Auch komplett Eingestellt Ja und Antoine nimmt Eben ein Geheimnis Mit Mehr oder Weniger Und dann Und das ist Jetzt dieser Spoiler Auf den du Grad schon So ein Bisschen Angesprochen Hast Kommt es Nach der Hälfte des Films Ungefähr Zu einem Zeitsprung 15 Jahre Später Sind wir Wieder bei Antoine Diesmal Gespielt von Pablo Pauli Der mittlerweile Als Mediziner Arbeitet Und zum Alljährlichen Weihnachtsbesuch Eben Nach Hause Kommt Ja und Dort Dann Nicht nur Auf viele Alte Bekannte Von früher Trifft Sondern eben Auch wieder Mit diesem Vermisstenfall Von damals Konfrontiert Wird Genau Und du Hast es Ja schon Gesagt Er hat Also ein Geheimnis Dass er Das ganze Oder die ganze Zeit Diese 15 Jahre Für sich Behalten Hat Und wir Haben ja Gesagt Es ist Ein Drama Und es Sind Zwar auch Leichte Thriller Elemente drin Aber Insgesamt Geht es Tatsächlich Er So Geheimnis Um Wie lebt Man Weiter Wie Gibt Man Sich Den Anderen Menschen Gegenüber Und Ich finde Das wurde Gerade In der ersten Hälfte Sehr Gut Vom Film Eingefangen Wie Fandest Du Das Ja Auf jeden Fall Ich Finde Auch Gerade Wie du gerade Sagtest In der ersten Hälfte Gab es Dann Echt Oft Momente Wo ich Dann Auch Wir Haben Den Film Freundlicherweise Als Screener Am Laptop Sehen Dürfen Mitzieht Mehr Oder Weniger Und Der Punkt An dem Du Vielleicht Merkst Wenn du In so einer Situation Bist Dass du Da Nicht Mehr So Einfach Raus Kommst Und sich Das Eben Durch Diesen Zeitsprung Dann Ja Auch 15 Jahre Später Wieder Aufbaut Und Dann Es Wieder Bemerkbar Wird Und Das Fand Ich Tatsächlich Sehr Gut Inszeniert Und Wie Du Gerade Schon gesagt Hast Bei einem Thriller Denkt Die Ein Oder Andere Kleine Wendung Aber An Sich Ist Es Dann Doch Eine Sehr Straight Erzählte Geschichte Und Das Muss Ich Sagen Das War Mal Ein Bisschen Was Anderes Ich Ich Weiß Nicht Du Kennst Mit Sicherheit Auch Den Film Prisoners An Den Man Ja Wenn Man Jetzt Auch Die Zusammenfassung So Gehört Hat So Ein Bisschen Denken Muss Der Ja Der Natürlich Extra Fürs Große Kino Gemacht Wird Und Ich Muss Schon Sagen Drei Tage Und Ein Leben War Das Schon So Ein Bisschen Die Miniversion Von Ja Ich Find Vor allem Auch Dass er Produktionstechnisch Schon Was Zu bieten Hat Also Er Sieht Teilweise Echt Hochwertig Aus In Intimeren Szenen Da Sieht Schauspieler Machen Ihre Sache Überwiegend Also Ziemlich Gut Ich Find Da Fällt Jetzt Keiner Irgendwie Negativ Auf Gerade Auch Bei Jung Darstellern Das Ist Ja Immer So Eine Sache Da Kann So Was Auch Mal Schnell Nach Hinten Los Gehen Aber Ich Find Der Antoine Der Hat Das Auch Ganz Gut Gemacht Jetzt Nicht Völlig Überragend Aber Man Hat Diesen Zwiespalt Den Er Mit Sich Rumgetragen Hat Auf Jeden Fall Gut Abgenommen Ja Das Fand Ich Auch Und Ich Wird Auch Mal Das Was Du Am Anfang Gesagt Hast Generell Die Visuelle Ebene Des Films Also Ich Muss Auch Sagen Ich Bin Erstmal Ein Großer Fan Von Dieser Belgo Frankischen Setting Das Mag Ich Immer Sehr Gerne Vielleicht Auch Weil Das Jetzt Hier Bei Uns So Vor der Haustür Mehr Oder Erinnert Gefühlt Habt Ist Unsere Große Deutsche Erfolg Serie Dark Also Nicht Nur Von Der Stimmung Her Sondern Auch Von den Bildern Her Du Hast Gerade Schon Gesagt Nach diesem Sturm Haben Wir Szenen Aus der Luft Wo Die Über diesen Wald Fliegen Und Aber Auch Vom Sound Her Diese dröhnenden Bässe Die Man Man Hat Also Da Ich Sehr oft Erinnert Gefühlt Und Da Weil ich Ein großer Dark Fan Bin Muss Ich Auch Sagen So rein Von der Audiovisuellen Ebene Hat mich Drei Tage und Leben Auf jeden Fall Abgeholt Da hatte Ich echt meinen Spaß mit Tatsächlich Ja Und Nicht nur Abgeholt Sondern tatsächlich auch Überrascht Also ich Nest Der Zwölfjährige Hat Das Sehr Gut Gemacht Und Dann Muss Ich Aber Auch Ein Großes Lob Für Pablo Pauli Der Dann 15 Jahre Später Antoine Spielt Das Hat Mir Auch Sehr Gut Gefallen Der Hat So Ein Bisschen Diese Innere Zerrissenheit Auf der einen Seite Ich Habe mich Da So ein bisschen Selber drin Wiedererkannt Dieses studentenhafte So Drei Tage Bart Und so Das War Alles So Ja Das Hat Total Gepasst Und Er Kommt Dann Wieder Nach Hause Und Trifft Dann Seine 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 Alte Jugendliebe Mehr Oder Weniger Und Das War Schon So Spannend Zu Sehen Wie Dann Auch So Ich Weiß Nicht Bist Du In einem Dorf Aufgewachsen Oder Bist Du Städter Weil Ich fand Ich Waren schon So viele Punkte drinnen An Die Ich Mich Erinnert Gefühlt Hab Wenn Dann Ja Das Dorf Weiß Über Alles Bescheid Und Dann Gibt Es Irgendwie Den Dorf Polizisten Und Den Dorffahrer Und Ich Mag Sowas Immer Ganz Gerne Ich bin In einer Kleinstadt Aufgewachsen Also Ich Kenne So dieses Richtige Dorf Feeling Nicht Aber Natürlich Hat Man Dadurch Dass Da Auch Andere Dörfer In Nähe Waren Das Auch Immer Mal Mitbekommen Von Freunden Und Bekannten Also Von Daher Ist Mir Das Auch Nicht Ganz Unbekannt Und Ich Find Der Film Hat Dieses Feeling Auf Jedenfall Ziemlich Gut Eingefangen Ja Also Eine Ziemlich Subjektive Sache Das Ist Bei mir Immer So Ein Ding Und Deswegen Frage Ich Dich Mal Zuerst Wie Findest Du Das Denn Wenn In Filmen Diese Zeitsprünge gemacht Ist Ein Zweischneidiges Schwert Weil Du Kannst Mit einem Zeitsprung Natürlich Eine Geschichte Ausgiebiger Erzählen Aber Letztlich Und Das Ist Auch Hier Mein Kritikpunkt Dieser 15 Jahre Zeitsprung Der Ist Dann Schon Irgendwie Echt Groß Und Ich Mein Mir Als Zuschauer Soll Verkauft Werden Das In Diesen 15 Jahren Auch Gar Nicht Mehr So Richtig Weiter Ermittelt Wurde Scheinbar In dem Fall Und Da hatte Ich So Ein Bisschen Die Probleme Mit Ich Bin Nicht Der Allergrößte Zeitsprung Fan Ich Sag Mal Ganz Platt Das Ist Natürlich Immer Eine Gute Möglichkeit Für Filmemacher Dinge Nicht Auserzählen Zu Müssten Und Einfach Dann Sagen Zu Können Zehn Jahre Später Passiert Dann Das Aber So Richtig Gestört Hat Es Mich Nicht Aber Ich War Schon Im Letztlich Macht Es Jetzt Hier In dem Film Es Tut Dem Nicht Abbruch Fand Ich Jetzt Ja Also Ich Fand Es Auch Okay Ich Bin Da Generell Auch Kein Fan Von Und Gerade Was Die Auflösung Dann Hinten Raus Betrifft Ergeben sich Dann Schon Ein paar Konflikt Punkte Was Das Drehbuch Anbelangt Weil Wie Du Gerade Gesagt Hast Hat Da Jetzt Keiner Weiter Geschaut Vor Allem Auch Die Eltern Und Gerade Der Vater Der War So Am Boden Zerstört Und Der Hatte Auch So Eine Eindrucksvolle Szene Relativ Am Anfang Des Films In Kirche Wo Er Einmal Das ganze Dorf Zusammen Staucht Weil Sie Da In der Kirche Sitzen Anstatt Seinen Sohn zu Suchen Und Ich Kann Mir vorstellen Dass Das So Einer Ist Der Der Eigentlich Die Jahre Weiter Gesucht Ja 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 Genau Das Ist Auch Mein Kritikpunkt Den Ich Da Hab Das War Dann Drehbuch Mäßig So Ein Bisschen Ja Haben Sie Sich So Ein paar Freiheiten genommen Und So ein paar Logik Löcher Sind Dadurch Entstanden Ja Und Vor allem Gibt Es Ja Immer So Zwei Kleine Minisprünge Genau Stimmt Ja Gut Aber Letzten Endes Hat Es Den Film Jetzt Nicht wirklich Geschadet Und Für Das Was Erzählen Wollte War Es Wahrscheinlich In Irgendeiner Weise Auch Notwendig Und Vielleicht Falls Du Jetzt Nichts Allgemeines Mehr Zu Nennen Hast Könnten Wir Ja Jetzt Hier Einen Spoiler Marker Setzen Sehr Gerne Machen Wir Das Ja Alles Klar Also Ab Jetzt Geht Es Sozusagen Richtung Ende Des Films Und natürlich Auch Richtung Auflösung Wir werden Also Sagen Wie das Ganze Endet Wer Also Jetzt Noch Nicht Ausgeschaltet Hat Und Sich Das Lieber Selbst Angucken Möchte Da Macht Das Bitte Ja Ja Also Genau Ich Sag es Einfach Wie Es Also Unser Zwölfjähriger Antoine War Ja Leider Für Den Tod Von Remy Verantwortlich Also Er Ist Tatsächlich Tot Er Hat ihm Blöderweise Mit einem Stock Am Kopf Getroffen Als Sie Im Wald Spielen Und Dann Ist Er Für So Zwölfjährigen Jungen Ziemlich Doofe Situation Sag ich Mal Und Daraus Entsteht Dann Dass Er Dann Natürlich Dieses Geheimnis Für Sich Behalten Möchte Weil Er Auch Das Wird Dann Am Anfang Des Films Gezeigt Ein Tag Vorher Sogar Noch Für den Schwester Eben Von Rémi Und Ich Glaube Das Nimmt Er Dann So Zum Anlass Das Irgendwie Für Sich Zu Behalten Ja Genau Also Man muss sich ja Auch Vor Augen Halten Dass Er Das Nicht Mit Absicht Beides War Purer Zufall Ja Das Stimmt Beides War Purer Zufall Wobei Beim Hund Er Natürlich Schon Auch Sehr sehr Wütend War Und Das So ein bisschen Schon auch Klar Es war schon Absicht Dabei Hat er Den Ball Auf die Straße Geworfen Weil Er Wütend War Und So Aber Ich Fand Das Gut Ich Fand Das Und Auch Da Ein Großes Lob Doch An Jeremy Senes An Den Zwölfjährigen Jungen Der Wahrscheinlich Deutlich Älter Ist Antoine Kommt Zurück Und Ja Plötzlich Heißt es DNA Tests Sollen Gemacht Werden Um Remi Doch Zu Finden Weil Die Leiche Ja Dann Tatsächlich Gefunden Wird Blöderweise Auch Eigentlich Wird Die Leiche Nur Gefunden Weil Er Im Wald Da Noch Ist Ja Da Da Gibt es Diese Abholzungs Arbeiten Die Wären Wahrscheinlich Irgendwann Dort Gelandet Aber Als Er Versucht Die Leiche Weg Schaffen Finden Sie Dann Die Leiche Und Eigentlich Ist Das Ganze Aus Staatsanwaltschaftssicht Abgeschlossen Weil DNA Test Von Den Männern Dort Zu Machen Das Wäre Sinnlos Weil Es Könnte Ja Auch Ein Nachbardorf sein Es Könnte Ein Durchreisender Sein Und Deshalb Ist Das Von Offizieller Seite Abgeschlossen Und Das Das Erste Mal Wo Er Den Kopf Aus Der Schlinge zieht Und Das Kommt Noch So Ein Zwei Mal Und Gegen Ende Ist Es Ja Dann Auch Tatsächlich So Ich Habe Immer Auf Den Auf Die Große Explosion Gewartet Und Die Gibt's halt Nicht Das Ende Das Hat Mich Tatsächlich Sehr An Gone Girl Erinnert Was Ja Auch So Ein Bisschen Darauf Hinaus Läuft Dass Ja Weil Antoine Entscheidet Sich Dann Letztlich Dafür Dann Auch Die Praxis Im Dorf zu Kaufen Obwohl Er Eigentlich Nach Ägypten Wollte Weil Wenn Er Das Nicht Tun Würde Würde Und Das Ist Dann Wieder Dieser Rattenschwanz Von Dem Wir eben Gesprochen Haben Seine Jugendliebe Mit Der Er Mittlerweile Ja Auch Schon Geschmust Hat Sag Ich Mal Die Auch Dann Schwanger Von ihm geworden Ist Und Ja Das Ist Wie gesagt Dieser Rattenschwanz Weil Sie Droht Ihm Dann Damit Einen DNA Test Zu Machen Und Die Vaterschaft Anerkennen Lassen Zu Müssen Und Das Wiederum Würde Dann Dazu Führen Dass Die DNA Weil Man Hat Ein Haar Auf Remis Leiche Gefunden Dann Doch Wieder Zu Ihm Zurück Führen Würde Also Das fand Hindeutet Dass Diese Drei Tage Eigentlich Nicht Nur Das Leben Von Remis Und Dem Hund Zerstört Haben Sondern Letztlich Dann Auch Von Antoine Weil Er Aus dieser Nummer Dann Irgendwie Doch Nicht mehr So Richtig Raus Kommt Und Letztlich Dann Ein Leben Führen Muss Was Er Eigentlich Gar Nicht So Geplant Hat Das Hat Mir Sehr Gut Gefallen So Als Grundprämisse Am Ende Also Ich Ich war Auch Überrascht Von dem Ende Und Mir Hat Das Auch Genau Deshalb Gefallen Weil Ich Hab Was Anderes Erwartet Und Hab Was Bekommen Was Letzten Ende Schon Sehr Logisch Zusammengeführt Wurde Und Um noch Mal Kurz Auf die Arztpraxis Zu Sprechen Zu kommen Da Geht Es Ja Darum Dass So Eine Seine Ja Ich Sag Mal So Art Vater Figuren Die In der Kindheit hatte Weil Den Eigentlichen Vater Den Gab Es Nicht Das War Der Arzt Aus dem Dorf Und Mit Dem Hat Er Damals Schon Immer Viel Zu Tun Gehabt Der Hat Immer Bücher Zu Lesen Gegeben Und Der Hatte In der Nacht Als Damals Der Remis Verschwunden Ist Da Wollte sich Der Antoine Das Leben Nehmen Und Tabletten Geschluckt Und Dann kam Der Arzt Vorbei Und Hat sich Ihn Angeguckt Und Da Hat Der Arzt Schon Gemerkt Und Die ganzen Fäden In seinem Kopf Zusammengesponnen Und Hat Da Irgendwie Schon Bemerkt gehabt Dass Er Irgendwas Wahrscheinlich Damit Zu Tun Hab Haben Muss Und Jetzt Kommt Auch Für mich So Diese kleinen Plotholes Zutage Weil Er Dann Am Ende Das Auch So Ein bisschen Rechtfertigt Als Er Dann Den Erwachsenen Antoine Zu Ja klar Da Kommt Erstmal Der Sturm Und Das Hat Viel Aus Ihren Leben Gerissen Aber Irgendwann Ist Das Mal Vorbei Und Das Dann Über 15 Jahre Zu Vergessen Stimmt Ja Stimmt Das Fand Ich Ein Bisschen Bisschen Merkwürdig Das War So 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 Ein Bisschen Plot Armor Damit Der Rest Funktioniert Und Damit Am Ende Diese Einzelnen Fäden Zusammengeführt Werden Konnten Und Am Ende Schon Tolles Finale Irgendwie Gemacht Werden Konnte Dass Der Antoine Mit Der Anderen Familie Weil Er Die Tochter Des Verstorbenen Schwester Des Verstorbenen Remis In Die Familie Die Mit Am Tisch Sitzen Hat Und Keiner Das Aber Weiß Ja Hat Mir Auch Wirklich Gut Gefallen Tatsächlich Bin ich ein großer Fan von dem Film Muss ich Muss ich wirklich sagen Ja Aber wie gesagt Die kleinen Plot holes Gut Wenn man darüber Gucken kann Und Sich damit irgendwie Anfreunden kann Dann Ist das alles schon sehr sehr schön Wollen wir es mal zusammenführen Und versuchen ein kleines Fazit zu ziehen Ja sehr gerne Sehr gerne Dann starte mal Gib mal eine kurze Einschätzung In ein zwei Sätzen Und Eine Bewertung Und zwar Vergeben wir Fünf Vollkommen Vermoderte Waldkinderleichen Sehr schön Ja Also Ich glaube Wie man schon auch so ein bisschen rausgehört hat Und wie ich ja auch schon gesagt habe Ich bin ein Fan des Films Habe nicht damit gerechnet Dass er mich so überrascht Das ist vielleicht auch der Punkt Den ich damit einberechnen muss In meiner In meiner Bewertung Dass die Erwartungshaltung Jetzt auch nicht allzu hoch war Wie wir auch schon Gesagt haben Es gibt einige Logiklöcher Die ich aber Besten Gewissens Verzeihen kann Ich würde sagen Gerade Leute Die Spaß auch mit Prisoners Oder auch mit Ja mit Wie dem auch schon angesprochenen Gun Girl haben Und generell auf so Auf so Scylla stehen Und Leute Die das Audiovisuelle von Dark mögen Die sind hier mit dem Film Glaube ich ganz gut aufgehoben Von mir gibt es Dreieinhalb Vermoderte Kinderleichen Sehr gut Ja ich war auch Ziemlich überrascht Vom Film Es gab viele positive Aspekte Die ich ja jetzt schon genannt habe Zum Beispiel Die schauspielerische Leistung Auch die Produktion War ziemlich gut Nicht so gefallen Hat mir Haben mir halt diese Diese Zeitsprünge Auch wenn sie hier Doch relativ sinnvoll Eingesetzt wurden Dann diese Plottlöcher Die ich schon gesagt habe Dazu gehört unter anderem Auch noch Das zum Beispiel Bei diesem Riesensturm Also das ist Das ist nicht ein kleines Lüftchen gewesen Da sind reißende Flüsse Durch die Durch die Straßen Gezogen Also dass die Leiche Dann letzten Endes Noch dort lag Wo sie ursprünglich lag Und weiß ich nicht Ob das alles irgendwie So zusammenhängt Aber wie gesagt Das hast du auch schon gesagt Wenn man da drüber hin Weg schaut Und das dann Vor allem Im Sinne der Zusammenführung Der ganzen Handlungsfäden Ein bisschen Einfach annimmt Dann kriegt man Einen ziemlich soliden Film Und ich bin da auch Bei dreieinhalb Vermonaten Waldkinderleichen Und kann jeden Der so auf Ja so Düstere Schweden Krimis Die dann aber doch In eine andere Ecke Gehen stehen Kann ich den auf jeden Fall Empfehlen Ja wunderbar Dann haben wir es oder Ja haben wir es Florian vielen Dank Dass du mit dir Diesen Film besprochen hast Und dann wünsche ich Für euch viel Spaß beim Film Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao und goodbye Tschüss Es ist immer wieder eine Freude Mit jetzt Carsten Maximilian Ja ich heiß nicht Carsten Oh Gott Oh Gott Hallo willkommen zum Telestammtisch Zur Besprechung von Netflix Neuer Doku Serie Highscore Ich bin es du Und heute an meiner Seite Ist der Pac-Man Des Telestammtischs Der Max Hallo Hallo Jetzt müsste ich Nein nang nang Machen oder Ja Okay Nang 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 Ich muss mich entschuldigen Ich wollte eigentlich jetzt nicht Auf deine Tablettenabhängigkeit Das nicht Ich habe jetzt eher gedacht Dass du auf meinen Bayerischen Akzent Irgendwie raus wolltest Nein 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 Nur dass du dir jeden Tag In die Pillen reinpfeifst Wie sonst was Aber okay Sind das nicht Kekse Haben wir das nicht gelernt Stu Dass das eigentlich Kekse sind Ja Ja Okay Kurz zu den Harten Fakten Highscore ist wie gesagt Eine Doku Serie Über Videospiele Hat sechs Folgen Pro Folge Geht es so 40, 45 Minuten Ja Ich sehe 37 Bis 47 Ja genau Und ja Wir haben uns das angeguckt Warum haben wir das angeguckt Max Bist du Oder warst du mal So ein richtiger Dattler Zocker Gamer Oder wie immer es heißt Hat mit zunehmendem Alter Zwar ein bisschen abgenommen Aber Ich habe jetzt auch Noch ein paar Konsolen Und Früher natürlich So der Der Hype Um den es da jetzt Auch in dieser Dokumentation geht Den habe ich so als Zehnjähriger Dann auch mitgemacht Ne Ja Das stimmt Ich finde Also gleich Ich fand die wirklich sehr interessant Und auch gut Und kurzweilig Sie hatte so einen So einen ähnlichen Flow Wie diese Toys Who Made Us Sie geht aber Und das ist so mein erster Kritikpunkt Aus meiner Sparte Nicht so sehr in die Tiefe Denn wenn man sich ein bisschen Mit dem Metier Videospieler auskennt Abseits von Das neue Call of Duty Kommt irgendwie Sondern da halt mit der Historie Ein bisschen vertraut ist Wird man in dieser Doku Ehrlich gesagt Wenig Neues erfahren Ging es dir da auch so Ja Also es waren Jetzt Eigentlich Wirklich nur die Klassiker Die besprochen worden sind Oder Sagen wir mal Namen die man aus dem Mainstream Jetzt auch kennt Von den Spielen her Natürlich die Leute die dahinter stecken Die geben dem Ganzen dann Noch ein bisschen Einen eigenen Anstrich Die kannte ich jetzt nicht Alle Beinamen Aber ansonsten Ne Nix Nix sonderlich Neues Vielleicht gibt es ja irgendwann mal Eine zweite Staffel Und die geht dann Ein bisschen tiefer Würde sich anbieten Denn ich hatte nicht das Gefühl Dass sie wirklich so einen Abschluss finden Ja Es wirkte auf mich eher so Nach der sechsten Folge Dass da eigentlich noch irgendwie Vier Folgen im Schrank liegen müssten Ja da könnte noch was geplant sein Vor allem Ich meine Du musst ja auch sagen Dass da in diesen sechs Folgen Da wurde ja auch nur An der Oberfläche gekratzt Die Folgen sind Soweit ich es jetzt Richtig sehe Auch Mehr nach Genres Ja eingestuft Und Da gibt es ja mehr Als nur sechs Das ist Das ist wohl wahr Ja Ja das stimmt Wobei Was ich großartig fand War die zweite Folge War die zweite Ich glaube es war die zweite Folge Da erzählt nämlich jemand Der als Jugendlicher Nach der Highschool Angefangen hat Bei Nintendo zu arbeiten Und zwar als Spieleberater Oh Ja Und da Das fand ich wirklich Interessantesten Weil ich weiß noch Als ich jung war Und ich kam irgendwo In ein Videospiel Nicht weiter Dass es in diesen Zeitschriften Ja immer diese Hotlines gab Wo meine Mutter Mir immer untersagt hatte Anzurufen Weil die halt tierisch teuer waren Und ich deswegen Da auch nie angerufen habe Aber ich hatte einen guten Freund Der durfte da anrufen Weil die Eltern glaube ich Viel einfach mehr Geld hatten Als meine Eltern Ja Ist es ja immer so Ist es immer so Ja Und Ich weiß noch Dass aus Von diesen Hotlines damals Dass die hatten so einen Ruf So das ist so Da musst du anrufen Die helfen dir weiter Wenn man so will Domian der Videospieler Wenn man die noch live Eingeblendet hätte Das wäre toll Ja Ja Und ich fand das ganz interessant Also Einmal Zum einen ist der Typ Der das erzählt Sehr Sehr charismatisch Ist sich auch nicht so schade In so einem Fake Werbespot mitzumachen Und Es zeigt auf Wie es damals so funktioniert hat Also noch so Als Internet Doch nicht existent war Und solche Sachen Ne War das Internet Ein Ordner Sozusagen Den man durchblättern musste Ach ja Ne Ich kenne diese Zeitschriften Von damals Auch noch Ich meine Ich glaube Das Hier Ist ja der amerikanische Markt Und das Pendant Hieß wahrscheinlich Hier Ein bisschen anders Aber so vom Prinzip her Kennt man ja diese Zeitschriften Mit den großen Maps Die dann irgendwie Gezeigt haben Wo was liegt Und was ich sehr mochte Natürlich jetzt auch Was Was meine Was mein Beruf Selbst angeht Es wurden in der Dokumentation Durchaus auch viele So Game Design Elemente Gezeigt Das ist auch so ein Blick Ich glaube Naja für mich jetzt nichts Neues Aber Durchaus Für den einen oder anderen Recht interessant Also was ich sehr schön fand Ich habe jetzt seinen Namen Nicht parat Aber der Erfinder von Space Invaders Wenn er halt wirklich Diese Kleine Kladde da zeigt Die schon auseinander fällt Weil die so alt ist Und du siehst halt Die Zeichnung Von seinen Aliens Und wie sie dann halt In diese In diese Pixel überträgt Übertragen hat Das fand ich sehr stark Oder auch der Eine Manga Künstler Was es ist Der halt für Final Fantasy Die so diese Figuren Entworfen hat Ja da sieht man halt Dann das durch die Durch die verbesserte Grafikleistung Einfach diese Ursprünglichkeit Wie es dann aussehen sollte Immer mehr erreicht wurde Finde ich eigentlich ziemlich spannend Dass dann das Endprodukt Sachen gewünscht hätte Leute Ein bisschen mehr Details Irgendwie Die rauschen da teilweise Schon echt relativ schnell durch Bin ich Also ich meine vor allem Was jetzt Diese Ich kann mir nicht vorstellen Dass es nicht noch Irgendweiteres Zu den Rollenspielen Beispielsweise gibt Das ist halt Das ist halt echt nur Die Oberfläche angekratzt Da sind wir dann Zwar in der In der tiefsten Wie sagt man In der tiefsten Historie angelangt Wo Rollenspiele Tatsächlich noch Mit dem Fernschreiber Gemacht Auf Papier Das ist eigentlich Ziemlich cool Aber nicht sehr Nachhaltig Und Ja Da geht Definitiv noch mehr Ich habe das Gefühl Wenn man sich Für Videospiel interessiert Aber jetzt eben Nicht sowas kennt Wie den Gaming Historian of YouTube Oder den Podcast Stay Forever Dass man mit dieser Doku Reihe Echt Ein gutes Gesamtpaket bekommt Da würde man sogar Dann sagen Da lernt man noch was Ja Ja haben wir jetzt Weniger Ich meine Ich war zwar jetzt Definitiv nie so In der Geschichte drin Was jetzt John Madden Football Oder solche Geschichten Anging Oder wie Das fand ich jetzt Die interessanteste Story war Die von dem Der Ne wie hieß der Tom Kalinsky Der die Der praktisch Sega Zum Nintendo Wie sagt man Zum Nintendo Konkurrenten Aufbauen sollte In Amerika Und seine Fünf Stichpunkte Die er an die Tafel Geschrieben hat Welcher Welchen Schlachtplan Er verfolgt Und er der einzige War der diesen Schlachtplan Eigentlich verfolgt hat Weil sogar Sega Nicht an ihn glaubte Von dem her Übrigens zu diesem Nennen wir es mal So Konsolenkrieg Sega Gegen Nintendo Ist seit längerem Auch ein Spielfilm Geplant Wo Seth Rogen Irgendwie seine Finger Mit im Spiel hat Echt Vielleicht kommt da ja Wirklich was Wäre auf jeden Fall Sehr interessant Dann wissen wir ja jetzt Zum Beispiel schon Dass dieser Dieser Krieg In den Malls Und Einkaufszentren Began Weil ja da Sega Dann Die Kids Abgefangen hat Mit ihren Spiel Kon Mit ihren Automaten Oder sie haben Leute bezahlt Die Die auf dem Campus Die anderen Süchtig machen Das kann man sich Heute gar nicht mehr Vorstellen Irgendwie überhaupt Wenn man sich die Zeit so anschaut Das ist schon Unglaublich Antiquiert Da kommt man sich Also ich kam mir da Ein bisschen alt Vorher Muss ich sagen Ja das stimmt Ja das ist Ich weiß nur Als In dieser Doku Dann halt einfach mal So nebenbei Diesen Controller Von dem Mega Drive Oder wie es halt In Usahis Genesis Gezeigt haben Und ich mir dachte Boah der hat nur Drei Knöpfe Aber der hatte drei Der hatte drei Im Gegensatz Zum NES Ja stimmt Der hatte zwei Ja Ja Das ist Also Ich hab ja damals Auch diese Konsolen Nicht unbedingt besessen Aber viel mit denen gezockt Und Weiß noch Welche Was Nation Als Kind Davon ausging Diese Fastenjation Haben mich so mittlerweile Verloren Aber ich Ich daddel Auch noch gerne Hier und da Aber ich bin jetzt Also nicht mehr so Ganz hinterher Aber ist Was das Was die Doku Hat wirklich gut hinbekommt Wenn sie halt so Leute interviewt Die entweder Aktive Spieler sind Oder halt eben Aktive Spielemacher Dass da schon Durchaus die Leidenschaft Von diesen Personen Gut transportiert wird Und Es ist ja sehr humorvoll Finde ich Also Die Leute sind Allesamt Originale So Wo sehr sie Wahrscheinlich Damals auch Hinterm Schreibtisch Sich versteckt haben Oder halt Kellerkinder waren Oder was weiß ich Aber die haben schon Eine gute Art Und Weise Die Sachen Humorvoll rüberzubringen Ja Und oftmals ist es ja auch so Dass Diese Doku Die ja auch einen Einblick gibt Was diese Spiele Für diese einzelnen Personen bedeuten Zum Beispiel diese Rebecca Heinemann Die damals ja noch irgendwie Ein Junge war Billie oder so Die ja da erzählt Dass sie mit Space Invaders So Eigentlich eine Frau Sein konnte Was Was jetzt erstmal Wenn man es Erstmal ein bisschen Blöd klingt Aber wenn man es genau Überlegt Macht es ja irgendwie auch Sinn Und das Das macht die ganz Ganz schön Die Doku Also diese Leidenschaft Wie gesagt Zu transportieren Nichtsdestotrotz Kann ich jetzt nicht sagen Dass ich nach der Sichtung Wirklich irgendwas Neues gelernt hätte Nee Das nicht Aber ich bin halt einfach Gut unterhalten worden Und manchmal Das ist so die Auch diese typische Dokumentation Die Die suche ich mir Die schaue ich mir dann Zum Essen an Keine Ahnung Kurz vorm Einschlafen So als kleines Betthupferl Oder sonstige Einfach Das ist Für mich ist es einfache Kost Aber sehr unterhaltsame Kost Ja Ist auch immer ein Unterschied Ob man sich einen Wikipedia Artikel Durchliest Oder ob die Person Einmal selbst erzählt Eben genau Ich hätte noch eine Kleinigkeit Die Ich kann es Interessant finde Und auch ganz Ganz niedlich Und zwar Kennst du Charles Martinet Nein Aber du kennst ihn Ja Charles Martinet Ist der Sprecher Von dieser Doku Die man im Original Hört Und du kennst Seine Stimme Auf andere Art und Weise Er ist nämlich Der Sprecher von Mario Echt Ja Seit Ich glaube ich Mario 65 Ist er die Stimme Von Mario Und ich Er ist schon was älter Deswegen gibt es Gibt es ja das Gerücht Dass das Nintendo Den man irgendwann Irgendwann irgendwie Einfliegen lassen hat Für drei vier Wochen Und die dann schon mal So einen Katalog Vorgesetzt hat Was er alles Vorlesen muss Damit sie bis zum Bis zum Ende dieser Welt Irgendwelche Mario Sprüche haben Ganz ehrlich Ich will diesen Katalog 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 Ja vielleicht kommt er Irgendwann mal Und liest Das Kapital So jetzt lies mal Das Kapital Von Marx Ja Okay Ja das Das sei noch als Funfact Hier erwähnt Dann habe ich auch noch Einen kleinen Funfact Den ich herausgefunden habe Und zwar gab es In einer Folge Ja dieses erste Rollenspiel Für Schwule Gay Blade Und da wurde In der In der Serie Wurde gesagt Dass dieses Spiel Mehr oder weniger Auf immer verschollen ist Und auch der Entwickler Dieses Spiels Ja dann meinte Er Weiß nicht Er findet es einfach Nicht mehr Also es ist weg Und ich habe Auf Wikipedia Gefunden Dass das Berliner Schwule Museum Ein Exemplar Davon hatte Und hat es auch Dem Entwickler Dann zukommen lassen Aber Erst nach Nach den Dreharbeiten Ah okay Siehste Das ist schön Das war auch Eine sehr interessante Geschichte Wie ich fand Ehrlich gesagt Ich wusste gar nicht Dass es dieses Spiel gibt Aber Muss mal gucken Es sah jetzt auch Nicht so berauschend aus Aber ich glaube Das ist schon Sehr wichtig Ich wollte gerade sagen Es ist glaube ich Sehr wichtig Ich meine Du musst dir auch Anschauen Diese anderen Rollenspiele Also überhaupt Bei den Rollenspielen Merkt man am meisten Was sich getan hat In den letzten 30 Jahren Ja Also ich war so Als Kind Habe ich mal versucht Diese Text-Adventures Zu spielen Und ich kam nicht weiter Also das Da hatte ich keinen Bock Zu Wirklich Da Ne Gut Dann würde ich sagen Sind wir am Endpunkt Angelangt Ja Wir haben die Prozessin Gerettet Wir haben den Endgegner Gelegt Wir haben abgelootet Ja Und können jetzt Zu einem Fazit Kommen Wir müssen eigentlich Keine Ahnung Mindestens 500.000 Geben Oder so Okay Ich weiß nicht Von 500.000 Bekommt es bei mir So 380.000 Punkte Von 500.000 380 Es ist glaube ich Eine 3,8 Oder sowas Gehe ich mit Gehe ich mit Ja Also es ist eine Unterhaltsame Kurzweilige Dukura-Serie Wenn man halt eben Ein bisschen In der Materie Schon vertraut ist Erfährt man dann Nicht viel Neues Aber das Was man halt schon kennt Wird nochmal Schön aufbereitet Und deswegen Kann man sich das Gerne angucken Und ich glaube Gerade für diejenigen Die interessiert An Videospielen sind Aber noch nicht so ganz In der Thematik Drinnen sind Die sollten sich das Auf jeden Fall geben Die werden da echt Viel lernen Und ich glaube Es ist auch definitiv Eher was für die Leute Die Ja Sag ich mal so In den 90er Anfang der 90er Jahren So zwischen 10 und 15 Waren Keine Ahnung Zwischen 8 und 15 Und um es mal Von der negativen Seite aufzurollen Ich würde Die Dokumentation Eigentlich nur Denjenigen Nicht empfehlen Die mit Videospielen Gar nichts am Hut haben Ja gut Das ist klar Ich glaube Wenn man Wenn man Videospiele Denkt Ah ne Boah Tetris Ist doch voll ätzend Dann sollte man Republikanische Konservative Aus den 80ern Genau Genau Ihr hättet die Chance gehabt unsere Kinder Zu retten Schade 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 Aber ich finde Gutes Antwort Ja Dann sage ich Danke fürs Zuhören Da draußen Danke Max Für deine Zeit Ich sage Tschüss Und dann darfst du auch noch Tschüss sagen Ja ich sage auch noch Tschüss Und ich darf es Tschüss Applaus Applaus Vielen Dank.